Was ist das Abschalten eines Beatmungsgeräts eine Straftat? Kann die künstliche Verlängerung eines Lebens, das praktisch nur noch aus Leid besteht, einen Schmerzensgeldanspruch begründen? Was ist das Abschalten, mein Name ist Ziegler, Dr. Hans-Bern Ziegler, Patientenanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht in Marburg? Ich bearbeite aktuell einen Fall, in dem es um die eingangs genannte Problematik geht. Der Ehemann einer Mandantin von uns ist die Kellertreppe runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen, hat aber überlebt. Diesen Fall kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht weiter aufbereiten, aber ich will die Problematik, um die es heute gehen soll, anhand einer BGH-Entscheidung deutlich machen, die praktisch dem von mir bearbeiteten Fall entspricht. Der Fall ist folgender. Seit 2006 lebte der Patient in einem Pflegeheim. Während eines stationären Krankenhausaufenthalts wurde ihm im September 2006 wegen Mangelernährung und Austrocknung des Körpers eine PEG-Sonde angelegt, durch welche er bis zu seinem Tod künstlich ernährt wurde. Der Patient hatte weder eine Patientenverfügung errichtet, noch ließ sich sein Wille hinsichtlich des Einsatzes lebenserhaltender Maßnahmen anderweitig feststellen. Ab November 2008 wurden dem Patienten regelmäßig Schmerzmittel auf Opioidbasis verschrieben. Im streitgegenständlichen Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 19. Oktober 2011 hatte der Patient regelmäßig Fieber, Atembeschwerden und wiederkehrende Druckgeschwüre, sogenannte Dekubiti. Viermal wurde eine Lungenentzündung festgestellt. Ende Mai bis Mitte Juni 2011 befand sich der Patient in stationärer Behandlung wegen einer Gallenblasenentzündung mit zwei Abszessen. Von einer Operation wurde in Anbetracht des schlechten Allgemeinzustands des Patienten abgesehen. Am 8. Oktober 2011 erfolgte eine stationäre Aufnahme aufgrund einer Aspirationspneumonie. Auf eine intensivmedizinische Behandlung wurde verzichtet. Am 19. Oktober 2011 verstarb der Patient im Krankenhaus. Der Kläger behauptet, die Sondenernährung sei spätestens ab Anfang 2010 weder medizinisch indiziert, noch durch einen feststellbaren Patientenwillen gerechtfertigt gewesen. Vielmehr habe sie ausschließlich zu einer sinnlosen Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens des Patienten ohne Aussicht auf Besserung des gesundheitslichen Zustands geführt. Durch die Fortführung der Sondenernährung und das Fortdauernlassen der Schmerzen und Leiden seien der Körper und das Persönlichkeitsrecht des Patienten verletzt worden. Deshalb steht dem Kläger aus ererbtem Recht ein Anspruch auf Schmerzensgeld zu. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufen des Klägers hat das Oberlandesgericht diesem ein Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro zugesprochen. Der BGH hat dem eine Absage erteilt. Der Mensch darf nicht über den Wert des Lebens urteilen. Deshalb verbietet es sich, das Leben, auch wenn es praktisch nur noch aus Leid besteht, als Schaden zu bezeichnen. Darf das Beatmungsgerät abgestellt werden oder die künstliche Ernährung eingestellt werden? Früher wurde zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe unterschieden und die aktive Sterbehilfe war und ist unter Strafe gestellt. Heute spricht der BGH seit einer Entscheidung im Jahr 2010 nicht mehr von passiver Sterbehilfe, sondern er verwendet den Terminus Behandlungsabbruch. In der Entscheidung heißt es wörtlich, die Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung, sogenannter Behandlungsabbruch, ist gerechtfertigt, wenn dies dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht, § 1901a BGB, und dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen. Bewusst offengelassen hat der BGH die Frage, ob die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hier des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben doch einen Schmerzensgeldanspruch auslösen könnte. Das ist im Einzelfall schwer voneinander abzugrenzen und der Wille des Verstorbenen war hier nicht zu ermitteln und von daher hat der BGH diese Frage nicht entschieden. Wenn Sie hier auf der sicheren Seite sein wollen, sollten Sie sich in jedem Fall an einen ausgewiesenen Patientenanwalt wenden, der die Feinheiten hier Ihnen erläutern kann und sagen kann, es bringt was dagegen vorzugehen oder nicht. Der Inhalt dieses Videos steht nicht im Widerspruch zu dem Video, wo es um die Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen geht. Offen bleibt dabei, wer über den Behandlungsabbruch entscheiden kann und darf. Ist das der Arzt allein, ist das der Wille des Patienten in einer Patientenverfügung oder darf möglicherweise sogar der Ehegatte entscheiden? Nach der Gesetzesänderung soll in erster Linie jetzt der Ehegatte entscheiden können. Das könnte natürlich problematisch werden, wenn eine hohe Lebensversicherung im Raum steht. Von daher muss man abwarten, wie das Gesetz von der Rechtsprechung behandelt wird. Es kommt in allen Fällen auf den Willen des Patienten an, der insbesondere in einer Patientenverfügung seinen Ausdruck gefunden haben könnte. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten steht immer an erster Stelle. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich empfehle, den Kanal zu abonnieren, damit Sie immer auf dem Laufenden sind und bedanke mich bei Herrn Seifer.